Ja? Macht hier keiner von euch eine Ansage, oder wie ist das hier? Nein, diese Folge geht ohne Ansage. Okay, dann bleiben wir einfach stumm. Ja, wir machen auch heute gar nicht. Wir machen ein No Commentary. Das ist ja... Ach ja, ihr wollt... Wir machen eine Schweigewinute für Robin Williams. Für wen? Achso, ja genau. Genau. So, hab ich nicht eine schöne Plattform gebaut? Hier, guckt mal. Bei Vollmond sieht man doch sehr nett aus, oder? Ja, ich sag doch, das war... Unsere Idee fand ich schon ziemlich gut, Selina. Meine Idee fand ich war sehr gut. Ja. Du könntest doch ein bisschen weitermachen. Wir haben keine Mine mehr. Die Mine ist verschwunden. Ich hab sie dicht gemacht. Warum? Ah, okay. Hm, ist okay. Na, wir gehen denn... Wir werden hier so reingehen. Pass auf, ich teile das in die Richtung. Alles klar. Ja, von den Ressourcen her werde ich am nächsten Tage zur anderen Stelle laufen und da abbauen, ne? Ja, das können wir machen. Haben wir eigentlich noch Mut? Ne, haben wir nicht. Also, du kannst ja dann mit deiner Mine Tatsache hier dann so auch reingehen. Das ist ja kein Problem. Werde aus diesem Debuff nicht schlau. Ach jetzt. Was? Außen. Flieger. Flieger. Ja, in der Nacht. Das ist Nacht vielleicht. Ah, direkt über uns. Direkt über uns. Hat er was abgeworfen? Ja. Direkt über uns. Wie, direkt? Direkt über uns? Die machen dann wieder die ganze Kisten und so kaputt. Oh, ich bin nach oben gebacken. Hier bin ich in Sicherheit. Aua. Ohoho, ihr könnt mir ja gar nicht. Ohoho, ich bin gestunnt. Aua. Auhoho. Auhoho. Jetzt hör, lass mir doch in Ruhe, du dummer Kuh. Wir können ja auch erstmal hier diesen, diesen Engpens einfach zumachen. Mit so'n, mit den Rahmen zum Beispiel. Die können wir dann später wieder aufsammeln vielleicht. Ja. Wäre das ne Idee? Dann haut doch mal hier so, ähm, drei hoch, einfach so'n... Jetzt hab ich aber, äh, da hinten sind, direkt über uns sind mehr oder weniger diese Dinger runtergekommen. Stimmt, ich geh mal schnell hin. Das ist die Frage, wo? Ich seh ihn, ich seh ihn. Den einen seh ich. Oh, oh, der kommt bestimmt im Wasser runter, aber was soll ich? Ich buddel mich schon mal hier in die Höhle rein, ja? Kannste machen. Ich wollt noch so'n Stück geradeaus. Pass auf, Jennys... Geh' noch ein bisschen, ich geh' noch ein bisschen tiefer, und zwar so tief, dass ich auf Steinebene bin. Oh, Supplybkiste, bitte behalte, behalte was Gutes für uns bereit. So. Huch, nee, den holst du Hilfe. Ah! Ah, ich komm' hier nicht hoch, ne? Äh, doch. Du magst nicht hochkommen, aber ich komm' nicht aus der Höhle raus. Sie bouncet auf dem Wasser. Cool. Die Kiste? Die Kiste, ne? Die Kiste, ne? Haben wir noch Holz? Munition. 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 Leider nix zu essen, aber Munition, das heißt, wir können... Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Die lernen. Ähm, ich kann Munition, kann ich schon, glaub' ich, bereits. Guck' mal eben. Wo wohnen wir denn? Oh, oh mein Gott. Wo bist denn du? Munition kann ich schon... ... angezeigt. Bauen. Mhm. Ja, ich bring' dir mit. Ich bin aufgemacht. Hat's noch... War das... War das nur eine Kiste? Ach, erst mal Holz. Holz, 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 Holz. Warte mal, ich fäll' mal den Baum hier. Oh, oh. Den kleinen, den hab' ich da gerade erst hingebaut. Ich bin's. Holt auf dich schieben. Magst du mir mal eine Patrone geben? Ja, ja, ich hab' einmal diese hier. Ah. Die? Und die 9mm hab' ich auch. Ah. Da. Und Leathertraining, kannst du gleich lernen. Das hab' ich schon. Was geb' ich für ne Axt hier? Ähm, ich... Ich kann doch... Soll ich dir mal eine machen, Fleck? Wenn du jetzt eh Holz da... Ne, ich brauchte nur ein paar... Nur ein paar Sticks. Ähm, Fleck? Ist das jetzt gelandet? Fleck? Ja. Hier kriegst du ein Buch, kannst du lernen. Kann ich schon. Ein Buch? Kannst du lernen. Ein Buch? Kann ich schon. Kannst du lernen. Sag mal, wo sind die Sachen hin? Was ist es denn? Äh, Broken Leg heißt das Buch. Leathertraining, glaub' ich. Warum heißt das Buch, Broken Leg? Das... Damit lernst du jetzt wahrscheinlich... Wie ich mir ein Bein breche. Ja, wie das wahrscheinlich kurier ist. Neue Rezepte. Okay. Aber ich hab' mir gerade auch Holz. Da ist das Holz. Hier, ich hab' jetzt ne Pick-Aggs. Möchtest du die haben? Äh, ne Pick-Aggs hab' ich. Also ne Fire-Aggs, meine ich. Ne Fire-Aggs tät' ich nehmen, ja. Dann nimm sie, aber du weißt ja, ne immer schön mit Ausdauer auf die Dinger schlagen. Ich haue mit Ausdauer drauf. So, ähm... Jetzt baue ich mir mal ein paar Fackeln und fange mich mal an da rein zu meißeln. Mach' dit. So. Fackeln müsste erst mal reichen. Ja. Ähm... Warte mal, Fackeln... Joanne, was für ne Pistole hat... Also, was für ne Waffe hattest du? Ich hab echt... Ne, ich hab nur ne 9 Millimeter. Normale Pistole. Hab' ich. Willst du die mal auseinander nehmen? Ne, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Munition erstellen. Klingt auch gut. So. Hehe. Ja. Ich bin ja so begeistert, ich weiß jetzt, wie man Fackeln herstellt. Flagg. Das hat ja auch nur... ...fünf Staffeln gedauert. So. Dann hauen wir uns jetzt da rein. Oh, oh, oh. Lauf' mir noch in meine Achse, Flagg. Oh, jetzt ist sie eh kaputt. So, jetzt können wir hier nämlich ne Fackel aufstellen. Jetzt mach' erst mal ein Stück geradeaus. Und mach' vor allem die Dinger ein bisschen breiter. Was für Dingens? Ja, mach' ja gleich. Lass' mal ne Fackel aufhängen hier. Ich helf' dir jetzt auch, weil das ist ja doch recht viel Arbeit. Oh, hier ist schon wieder Metall. Da. Flagg. Was soll ich dir machen breiter? Ja, das ist... Jolle! Hier ist Metall. Ah! Wo denn? Wo geht's denn hier raus? Ein paar Zombies. Das sind Zombies. Ich kann nicht... Hab' ich nicht gesagt, du sollst da so ein Rahmau? Ich bin leicht tot. Ah! Nein! Oh, oh. Oh, oh. Ich blute, verdammte Axt. Oh, oh. Flagg. Flagg. Mach' mal den Dicken. Ich bin doch selber tot. Ah! Daneben. Hilfe! 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 Ich renn' mit denen jetzt einfach im Kreis. Born on my bedroom und ich lande auf unserer Plattform. Sehr gut. Auch cool. Hm. Ah. Puh. Doch, alles nochmal gut. Aber nochmal gut... Oh, der hatte was zu essen. Klasse. Oh, ich flippe aus. Ach, da sind sie gutzig. Ich hab' ne Bluttransfusion gefunden. Die kannst du mir geben. Ich hab' ja schon sechs. Was macht man damit? Mit? Also, eigentlich... Also, eigentlich... Die kannst du dir so... Ähm... Also, es steht ja auch da, äh... Also, wenn du die nimmst, ne? Health plus fünf, Fullness und Hydration plus fünf, ähm... Die ist jetzt so an sich nicht... Boah... Nicht so... Nicht so stark, sag' ich jetzt mal. Ähm... Es gibt auch noch das Blood Draw Kit. Da kannst du dir selber Health abziehen, ne? Also, machst du selber ne Blutbandage draus. Und man kann aus diesen Dingern eben das große Medipack machen. Aber ich hab' die Ingredienzchen da reingepackt und es hat nicht funktioniert. Also... Ich hab' nicht irgendwie... Ja, ich... Nein, nein, ich hör' dir zu. Ähm... Mach ruhig so, wie du möchtest, weil wir haben ja jetzt noch... Hier Ressourcen. Wir können ja in der Leiter hinten... Also, in der Leiter ranmachen. Wir haben uns da... Wir haben uns da in die alte Miene reingebuddelt. Wenn du dich mal umdrehst. Ja, ist ja okay. Jetzt bist du da gerade. Das können wir ja zumachen, warte. Äh... Ich hab' gerade nichts zum zumachen. Guck mal, hier ist... Da. Kohle. Kohle, Kohle. Ich mein', die können wir ja... Jenny, wollen wir deine Höhle benutzen? Also, eigentlich kann man hier lassen. Lass' die machen. Wie komm' man denn hier wieder raus? Dann machst du jetzt noch gerade hier. Guck... Wir machen da gleich... Äh, wir brauchen... Irgendwie Leitern hin, oder so. Warte mal. Warte mal, guck mal, hier ist er auch schon wieder. Fleck. Direkt in mein Bild, ne? Ähm, in your face. Mhm. Oh, 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 ich wollte doch... Hallo. Wollte gar nicht... Machen wir gleich. Ich wollte dich, guck mal, ich wäre hier raus. So. Äh, ja. So haben wir... Komm da rauf, komm da rauf. Komm da rauf. Nee, komm da nicht rauf. Hast du die Patronen ausgenommen? Jetzt komm' ich da rauf. Jetzt komm' ich da... Aua. Boah. Was war das denn jetzt schon wieder? Anscheinend. Ach, ich war Hunger schon wieder. Ich hab noch was, willst du was haben? Jetzt hängen wir hier alle in dem... in dem ollen Loch drin, oder was? Lass mal... Willst du was haben, Fleck? Hier, hier was zu essen. Nimm's einfach! Nimm's! Meine Güte! Nimm's doch einfach! Ha! So, warte mal. Was hab ich denn jetzt genommen? Hier ist auch noch was. Ach jolle? Pass auf, ich werf dir noch mal Patronen runter. Nee, ich hab nix zu essen. Hab ich sie dir? Ja, hab ich. Müsste ich es haben. Jo. Ist gut. Richtig viel Schuss. Hast du noch was zu essen? Nee, tut mir leid, das war jetzt auch alles. Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Das war alles, ne? Um Gottes Willen, hier ist ja überhaupt nix. Also, wir haben definitiv ein Nahrungsmittelproblem. Ja, was wissen wir? Aber, ich hab kein Tier gefunden, ich war jetzt schon zweimal auf der Jagd. Okay, kümmern wir uns um die Mine später und gehen jetzt mal Essen besorgen. Los, Fleck! Ich bin nicht der Fixeste, ich hab zwei gebrochene Beine. Ich hab richtig viel Schuss. Da werden wir doch mal... Wieso gibt's hier keinen Hasen zum Beispiel? Es gab früher immer so viele Bommelche und so. Ich organisier auch mal ein bisschen Holz, wir brauchen ja mehr für das Haus. Okay, du Holz, ich geh jetzt so lange jagen bis ich... Ich bin auch echt nicht der Fixeste mit den zwei gebrochenen Beinen. Okay, dann bleib vor Ort und kümmere dich da um das Dingensblub da. Oh, ich hab die andere Supply-Kiste gefunden. Na dann, gucke rein. Jenny? Ja? Leider nur dreimal Munition, allerdings die 762 da. Es ist egal, ich hab die nötigen Materialien. Kannste lernen. Buch? Achso, verstehe. Ja gut, dann war das leider eine ganz blöde Supply-Kiste. Ganz dumm. Oh, dieser... dieser dämliche Baum. Oh, bisschen Trash. Ich glaube, Holz soll hier erstmal genug. So. Ich lauf einfach mal in so ne Richtung. Einen noch. Wo bin ich denn? Äh, wo bin ich denn? Sag mal, ach da. Gut, da hinten können wir uns doch nicht so aussehen, wie wir da hinten. Hier wird doch wohl mein Reh irgendwo rumhubsen. Ah, ich fall gleich tot um. Vielleicht, ich würde dir ja helfen, aber das geht nicht. Weil daneben... Gibt's aber auch wirklich nichts. Wenn ich tot umfalle, dann hoffentlich am Lager. Kein Lysch. So, warte mal. Ist ja... Hast du das noch... konntest du noch hin, Humpel? Bin auch hingehumpelt, aber ich gucke gerade... Kaffee! Ist Kaffee gesund? Ja. Kaffee kannst du länger mitlaufen, also erhöht sozusagen deine Stamina. Aber nicht meinen Nahrungsmittelbedarf, nehme ich mal stark an. Ne, lass nicht. Ich suche gerade den Flecken, das Fleckchen, wo wir uns beim letzten Mal das gefunden haben. Das Fleckchen ist zu Hause. Das Fleckchen. Wollte schon sagen. Ah, dann nochmal. Oh, da hinten beginnt das Fallout-Gebiet. So wie's scheint. Ich buddel mich mal weiter. Wenn ich da mal was... In Richtung... Wo wollt ihr euch... Ihr wollt euch doch hinten zu euren... Ich hab Cornseeds gefunden. Cornseeds. Gesundheit. Oh. Oh. Das kann ich auch abbauen. Wenn man schonmal hier ist. Ja. Ich ver... Ich... Ich würke gerade dem Verhungern mit, äh, Painkillern. Ich hab Essen davon. Gib ihm das schnell. So. Rot zum Teufel. Da. Ist das Metall, was ich hier schon wieder aufsammel? Sieht so aus. Sieht so aus. Also man merkt schon, wie unterschiedlich jetzt schon die Karten sind, oder? Früher gab es an Ressourcen total, äh, ja, war halt sehr wenig, ne? Das gibt's an Essen und so. Ja, ich hab auch den Eindruck, es wurde nochmal schwerer. So, also... Blake, ich habe Essen. Du, her damit. I die like pigs in hell. Ähm, ich habe Couture. Ich habe Katze. Was? Ich habe Hund. Ist mir egal. Ach, die liegen alle hier oben. Ist alles, ich komm rauf. Ach, das ist gar nicht das Fallout-Gebiet. Ich bin an der Wüste. Wüste, Sand und... Dann bist du nach Süden gelaufen, oder? Äh, nee, noch ein bisschen. Ist erstaunlich, ist erstaunlich, dass ich, äh... Wo hast du das hingeschmissen? Das hast du schon teilweise ausgesammelt. Echt? Nee. Kann ich Yooka und so mal mitbringen? Nee. Ach, ich hab's wieder im Inventar. Kohle... Ich hab zwei Eier. Wo hab ich denn hier? Wo zum Teufel bist du denn? Hier. Da unten. Ja, ich find hier vielleicht, es liegt gerade was zu essen, aber... Katze, Tuna... Hund. Lecker Hund. Ähm, Jenny, wir haben doch dieses Yooka-Zeug. Ja. Mach doch mal Yooka-Wasser. Ja. Also... Ähm, müssen wir Pflanzen mitbringen. Weil davon... Ja, bin ich dabei. Ich hab auch schon ein paar mitgebracht, die sind da in der Kiste. So, haben wir noch was zu essen? Weil das bringt ja auch ein bisschen Essen. Wenn du in der Wüste bist, du hast doch die Schaufel bestimmt bei dir, ne? Ja. Magst du dann, ähm, bisschen Sand mitbringen? Äh... Aua. Ah, besser. Weil dann können wir hier nämlich, äh, die... Dings machen die, ähm, hier, helf mir mal, die Mold für Gläser und dann können wir Gläser schmelzen. Da. Ja, ja, ich... Ähm... Ähm, ja, ähm... Wie... Unsere Folge ist zwar fast vorbei, aber ich kann ja hier auch aufhören. Da. Oh, Painkiller und Antidot. Mal gucken, was hast du mit dabei? Los, gib her dein Zeug. Bücher. Okay, ich... Ich bring dir Sand mit. Ich muss noch was wegschmeißen. Dass ich das noch erleben darf, ich bin fast wieder gesundet und habe einen vollen Magen und einen vollen... Äh, ähm, ja, getrunken. Das ist ja sehr schön, dass es dir schon besser geht. Aber zwei gebrochene Beine habe ich noch. Dann musst du jetzt los. So. Jetzt, jetzt kann ich die Höhle weiter ausbauen. Wieso kann ich das denn nicht einsammeln? Was, die hier? Weil ich Gras eingesammelt habe. Äh! So, schon besser. Ähm... Wollt ihr die Höhle in eine bestimmte Richtung haben, oder...? Klink dich im Zombie-Harder. Du freust dich nicht. Mach wie du möchtest vielleicht. Sehr gut. Dann baue ich mir... Ich wollte bloß diesen Eingang halt so lassen. Dann fange ich nämlich hier mit der Kathedrale an. Kathedrale... Ich brauche einen Baum. Ja. Oh Zombie, geh mir jetzt nicht auf den Piss hier. Das gibt jetzt definitiv in dieser Folge, in der letzten bin ich sehr schuldig geblieben. Definitiv die Kathedrale. Da ist... Da ist ein Hase. Erlege ihn. Hab ich! Ha! Oh, Indie bounced. Er hat gehört, dass Katzenfutter gibt. Ähm... Dann habe ich jetzt aber das Problem... Ja, warte mal. Da ist der Eingang. Da ist auch... Jetzt stinke ich. Warum? Ja, ich stinke. Naja, weil ich das Fleisch eingepackt habe... Ah... Maybe... Was kann ich denn weghauen? Da! Hab die erste Zombie-Horde in diesem Spiel entdeckt! Ich dachte gerade, er liegt. Das wäre es gewesen. Nö. Ich stinke... Und da bauen wir natürlich eine Treppe rauf. Jetzt stütze ich aber erstmal die Höhle ab, sonst gibt es ein Unglück. Ja, das ist eine gute Idee. Und da bauen wir zu. Da sieht man hier nach gar nichts aus jetzt. Da. Da. So, Jenny, ich hab schon... Ich hab schon tolle Sachen für dich bei. Oh, was denn? Was denn? Was denn? So kann man das machen? Das ist Sand. Sand! Oh ja, dann kann ich mich ja nochmal ein kleines bisschen betätigen gleich. Problem. Aber ich werd dir nur 64 Stück mitbringen können, weil ich bin quasi... Das ist... das reicht schon. Wo hab ich denn die jetzt hingepackt? Wo hab ich denn die jetzt hingepackt? In die Fackel hin... Das weiß ich noch nicht so, aber ich werde sie erstmal abstützen, weil sonst gibt's ja ein Unglück. Nur noch rausfinden, wie man die Stützen baut. Mit Sticks, ne? Ne, mit den... mit den Brettern. Drei übereinander. Hab ich doch. Komisch. Ähm, du musst das nach oben hin machen. Also... In dem... in die Mitte, dann drüber und bis zur... Ah, ja. Alles klar. Ja. So, mach mal. So. Das heißt, wir stützen die erstmal ab. Hab ich... ich hab schon 64 Cent. Das für ne... Für ne Stütze hier. Okay. Vielleicht find ich hier noch einen Hasen. Aha. Ein Karren... Ein Karrenickel. Aber ich glaube nicht. Ich werd mal nach Hause zurückkommen, weil wir müssen ja dann auch die Volumen überründen. So, das... Muss ich hin? Unten wird toll... Äh, das wird voll der... der... wie soll man sagen... Voll die Kathedrale. Wird's das? Hab ich beschlossen. So ein richtig großer Wikinger-Saal. Obwohl wir ja keine Wikinger sind. Oh man. Boah. Unter Wasser sieht's schon teilweise echt... lustig aus. Boah. Ich hab das Gefühl, ich mache nichts Gescheites hier. Ich hab hier gerade was ganz komisches gefunden. Ah, das ist die Erdgrenze, alles klar. Erdgrenze? Was für ne Erdgrenze? Ja, ja, ich hab die... Die Grenze zwischen Erde und Stein. Das sieht so komisch aus, ja. Ich war Hunger schon wieder. Das kann ja nicht wahr sein, Mann. Hunger. Ja. Jetzt wird abgestützt. Wo stützen wir ab? Da. Hunger. Jetzt nix, Ruhe. Ich hab Hunger. Ich hab Eier. Elf Eier. Koche sie. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Ja, das Ding ist, wir brauchen da ganz viel Wasser für und alles. Warum kann ich das da nicht drauf stellen? Ah. Ja, machen wir halt. Achso, verbrauchen sich dadurch auch die... Das Wasser und die Gläser. Was ist das hier? Die Gläser? Ja. Okay, aber... Ah, verdammt, ich will nicht sterben. Doch doch. Ich bin zu Hause. Jenny, ich hab hier 64 mal Sand. Wir haben ja hier eine Wüste um die Ecke. Von daher sind Gläser jetzt kein Thema mehr. Was machst du denn? Hilfe, ich sterbe! Was brauchst du? Essen! Ja. Das sieht komisch aus. Das klingt nicht gut. Hau weg, das Ding ich muss. Warte mal, da helfen wir mal. Oh Gott sei Dank. Komm mal weg da. Gott sei Dank. So, ich hab jetzt einfach mal nachgeholfen. Ähm, gibst du mir mal deinen Rabbit? Rabbit, Rabbit. Jo. Rabbit, Rabbit. Warte, ich muss mal meine... Meine Stone Eggs aussammeln. Wieso sterbe ich denn jetzt noch? Man weiß es nicht. Ah, Durst. Jetzt hab ich Durst. Warte, Jenny. Ich muss das Sterben verhindern, denn werde ich mich wieder um dich kümmern. Da ist einer da sein. Das reicht. So, Rabbit. Bitteschön. Habst du den Eindruck, der stützt hier gar nichts ab. Aber egal. Doch, das wirkt Tatsache. Hm. Boah, jetzt stützt da was ab. Gibt aber etwas komisch aus. So, und wir müssen wieder die Folge beenden. Ja. Dann sag ich mal buddelnderweise Tschüss von meiner Seite aus. Hm. Von meiner auch. Ich sag auch Tschüss. Macht's gut dir. Tschüss. 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 Macht's gut.